Ihr Lieben, wie geht's dir an diesem ganz besonderen Portaltag, der im Ich-Bin schwingt und gleichermaßen eine so weiche, so warme, so liebevolle Energie hat, dass ich den ganzen Tag schon darin schwinge und klinge. Und so folge ich ja immer den Anweisungen aus der geistigen Welt und lade dich entsprechend von ganzem Herzen ein. Am Freitag um 19.30 Uhr bin ich für dich wieder live auf allen Kanälen, Facebook, Instagram, YouTube, um mit dir noch einmal über die Meisterschule zu sprechen. Es ist einfach so, sie möchten gerne, dass die Meisterschule so hoch, so groß wie möglich aufgestellt ist und dass sie in diese Welt geht. Und das möchte ich natürlich auch. Und so lade ich dich ein, noch einmal mit mir zu sein, Fragen zu beantworten, die du hast zur Meisterschule und uns auch noch einmal ein bisschen in dieses Feld hineinzuschwingen, sodass du auch ein Gefühl kriegst, wie würde es sich für dich anfühlen in dieser Meisterschule, wenn du in deine Meisterschaft eintauchst. Und so freue ich mich auf dich am Freitag um 19.30 Uhr. Wie gesagt, ich glaube, es ist der fünfte, zweite. Du kannst einfach auf die Kanäle kommen. Ich lade dich von Herzen ein. Ich schicke oder ich habe die Links zu den Kanälen jeweils unter diesem Video. Und ich freue mich sehr, sehr auf dich. Ich freue mich wirklich sehr, sehr auf dich. Und natürlich, wenn du direkte Fragen hast, also selbst Fragen stellen möchtest, dann kannst du das entweder vorab per E-Mail tun an info.businessundspirit.com oder aber du wählst dich ein in meinen Zoom-Raum und dafür bitte ich dich auch, mir eine E-Mail zu schicken, damit ich dir den Zoom-Link schicken kann. Genau, also wenn du einfach nur hören möchtest, dann sei einfach auf YouTube oder Facebook oder Instagram. Und wenn du mitmachen möchtest, Fragen hast zur Meisterschaft, zur Meisterschule, dann komm mit mir in den Zoom-Raum oder schick mir vorab eine E-Mail, die ich dann mit in den Raum nehme. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Auch morgen genieße deinen Tag. Und freue mich, dich zu sehen am Freitag um 19.30 Uhr. Unendlich viel Liebe zu dir. Danke.